Hallo Freunde, willkommen zurück im wunderschönen Nordfriesland auf der Matchbap mit dem FriesenJungen. Moin! Und natürlich meiner Wenigkeit und auch hallo an die ganzen Abos von dem lieben FriesenJungen. Schaut mal bei mir vorbei, da seht ihr, wie das Ganze mit CP richtig funktioniert. So, das dazu. Ich spring mal hier in mein Fahrzeug und dann schaffen wir mal ein bisschen was. Genau, so sieht's aus. Ich bin auch schon dabei. Erstmal hier alle abfahren lassen, die hier stehen. Wir haben hier eine lange Liste an Cosplay-Meldungen. Naja, er will nicht, dann fahren wir ihn selber. So, wir sind fertig hier auf dem Feld. Damit. Das heißt... Ja, sie waren sehr fleißig, muss man sagen. Ja, auf jeden Fall. Das heißt... Eigentlich können wir jetzt... Glaube ich... Das erste Ziel erfüllen. Ich glaube, Strom wird gebraucht, oder? Als Ziel? Ich weiß es nicht. Sag mal, du musst deinen Dünger noch bezahlen. Danke für den Hinweis. Gerne doch. Hättest du ja auch mal machen können, ne? Aber dann bin ich Kumpel, wenn's um Geldvernichten auf deiner Seite geht. Sehr schön. Und dann bin ich... was denn jetzt noch anliegt. So, ihn hier, den schicken wir jetzt mal, wo ist denn das andere Grasfeld, was uns gehört? Das ist auf der anderen Seite hier von der BGA, ne? Ich wäre dann mal am generieren. Ja, dann drehen wir durch. Ja, ich habe dich zu früh gewarnt, ich fange jetzt an. Ja, du bist halt einer, der mal gerne schnell schießt, ne? Ja, ich muss, ich hätte vergessen, dass ich erst noch was anderes machen muss. Dinge. Ich werde dann auch noch mal ein bisschen im Ordner erstellen und verschieben. Ja, ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 So, den haben wir, den setzen wir jetzt mal hier vorne vor, weil der zieht hier ja gar nichts vom Acker. So, das ist ein bisschen hecht. 10 bin ich aber, ja, ich bin in der Welt 15. Ja, deutlich schneller. Sehr schön. Wir? Ja, jetzt eigentlich, ich muss mal eben gucken, was machen denn meine anderen Fahrzeuge? Der Robert, der steht rum. Er fährt. Ja doch, gebrauchen können wir den schon noch. Ich kann der ja jetzt dann sehen. Schon gleich hier hinterher. Ich generiere auch noch mal. Jo, hier auch gleich. Ja. 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 Achso, ah, Idiot. Hat er doch richtig gemacht, alles gut. Erster Weg. Agro-Star hat die Aufgabe erledigt, sehr schön. Jetzt wollen wir mal schauen, was wir hier alles machen können. Untertitelung des ZDF, 2020 Eigentlich ist es dafür gedacht, hinten das Mähwerk dran zu machen. Aber vielleicht geht das ja auch so rum. Das wäre natürlich der Kracher. Eat this, Jens, eat this. Oder hat das Mähwerk so eine Schwadablage? Das wäre natürlich dann jetzt sehr lustig. Los, weg da. Ja. 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 Ich würde nochmal generieren. Ja, gerne. Ja. 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 das war natürlich falsch das war wieder meine 15 minuten glocke das heißt wir haben noch 30 jetzt mal wieder ein kurs zusammen aus verschiedenen elementen noch 47.000 etwas mehr als dreimal fahren ja der waldroder zugeschlagen wo fahr ich denn eigentlich hin völliger bullshit ganz falsche richtung ich idiot ich mache jetzt erstmal einen kurs hier überhaupt vom hochweg zum match bereich pausieren wir erstmal wenn wir dann einen schönen geraden kurs hier hinkriegen so Ah, ich habe nicht viel zu erzählen. Generiere nochmal. Jawohl. Oh, ich sehe nichts. Es ist natürlich ärgerlich, wenn der Kurs dann nachher kurz ist. Das war auch jetzt, war schon Grütze, der Kurs, den ich hier jetzt angefahren bin. Hätte andersrum fahren müssen. Oh, das war natürlich doof. Richtig doof. Shit, wann macht die Dingens noch zu? Die Brücke um sechs, ne? Shit, 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 shit. Was ist hier rum? Zum Matchbereich. Glaube ich. Ich komme nicht mehr zurück über die Brücke. Oh, scheiße. Dann fehlt mir hier ein Traktor. Das ist natürlich echt doof. Aber egal. Die Brücke. Die Brücke. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2021 Doch da hinten, oder? Das will ich heute noch, ich will zumindest hier noch einen reintun. Bagagestrom. Das ist heute noch, ich will zumindest hier noch einen reintun. Ich müsste mal einen Ordner verschieben. Ja, tu das. Das ist heute noch, ich will zumindest hier noch einen reintun. Mitte. Stau. Mitte. Parkst du jetzt eigentlich deinen Traktor hier, oder wie machst du das? Wie meinst du das? Naja, es ist 18 Uhr, die Brücke ist oben, ne? Ja, ja, ich weiß, habe ich gesehen, aber nützt ja nix, habe ich verkackt. So, wollen wir eben gucken, ob das funktioniert. Die letzten paar Sekunden dieser Folge. Ja. Ja. Asche. Das war's. Ja. Ja, es ist eine große Woche. Wie wir hier haben, ich würde gerne gerne hören. Ich bin großartig. Ich bin großartig. Ich bin großartig. Mich düngt, als würde es bei dir gerade gerappelt haben. Just in diesem Moment, wo du es sagtest. Das würde also heißen. Das war es für heute, für diese Folge. Ich glaube auch. Und in diesem Sinne, würde ich dann erstmal sagen einen wunderschönen guten Tag, vielen dank fürs zuschauen und bis zum nächsten mal. Bis zum nächsten mal, von mir auch. Danke danke danke. Ciao! Tschööööö.